Es ist eine Neuheit. Es hat in dem Sinne noch nie in einem professionellen Teamsport bei so einem großen Event stattgefunden, das auf einem Videoglasboden gespielt wurde. Du musst dir das so vorstellen, unser Spielfeld 9x18 Meter wird quasi ein großer LED-Videobildschirm sein, Multimedia-Bildschirm sein, mit dem du alles, was digital möglich ist, darauf abspielen kannst. Ein Volleyballspiel auf einem riesigen LED-Videobildschirm? Das klingt irgendwie spannend, dachte ich mir, als ich von der Idee gehört habe. Das habe ich zum Anlass genommen und habe mich auf den Weg gemacht ins VBL-Center in Berlin und habe mich mit Julia Retzlaff, Managerin Events und Friedo Gutknecht, Manager Vermarktung und Marketing bei der Volleyball-Bundesliga getroffen, um zu erfahren, wie genau das funktionieren soll. Mein Name ist Daniel Sprügel, ich bin Gründer von Sportsmaniac und berate Sportorganisationen, Medien, Personalities und Unternehmen wie zum Beispiel Red Bull, den DOSB, Nico Rosberg oder BILD bei ihrer Audio-Strategie und bei der Produktion und Distribution von Podcasts. Mehr Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf danielsprügel.com. Im Podcast mit Julian Friedo sprechen wir zuerst allgemein über die Ziele der Volleyball-Bundesliga in der digitalen Entwicklung, welche Innovationen und Technologien auf der Tagesordnung in der Liga stehen und wo hier die größten Erlös-Potenziale liegen. Ganz besonders hat mich natürlich interessiert, wie die VBL die 75 Vereine in den sechs Profi-Ligen bei ihren digitalen Projekten unterstützt, vor allem in Bezug auf den Spagat zwischen den manchmal sehr knappen Budgets, dem gewünschten sportlichen Erfolg und dem Wunsch nach digitaler Sicherung und Innovation. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir dann über den Comdirect Supercup, der am 20. Oktober in der TUI Arena in Hannover stattfinden wird. Bereits im letzten Jahr hat die Volleyball-Bundesliga den Supercup gemeinsam mit den Partnern Comdirect und Kinexon als Innovationsplattform genutzt. In diesem Jahr präsentiert die Liga erstmals weltweit bei einem professionellen Teamsport-Event ein digitales Spielfeld mit einem Glasboden. Wir sprechen gleich darüber, wie die Technologie dahinter bzw. in dem Fall eher darunter funktioniert, wie diese in Zusammenarbeit mit dem Partner ASB Glassfloor beim Supercup umgesetzt wird und natürlich, was man aus dem Boden in Sachen Live-Aktivierung, Fan-Entertainment, Gamification und der Vermarktung an Partnern rausholen kann. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf unseren Partner und wer Sportsmaniac schon länger folgt, der weiß nicht nur anhand des Rennrads, das hinter mir im Büro hängt, dass ich Fan von Radsport bin. Daher freue ich mich, unseren heutigen Partner vorzustellen, die Deutschland-Tour. Wir alle haben sicherlich noch die Bilder von der diesjährigen Tour de France im Kopf, bei der Emmanuel Buchmann einen grandiosen vierten Platz eingefahren hat, knapp am Treppchen vorbei. Und genau der wird neben zahlreichen anderen Tour de France-Stars bei der diesjährigen Deutschland-Tour mit am Start sein, die auch live bei ARD und ZDF zu sehen sein wird. Die Deutschland-Tour wird vom 29. August bis zum 1. September stattfinden und geht über vier Etappen von Hannover bis zum Ziel nach Erfurt. Und dass im letzten Jahr bei der erfolgreichen Neuauflage der Deutschland-Tour über 125.000 Fans im Start- und Zielbereich und natürlich unzählige mehr entlang der Strecke mit dabei waren, zeigt, dass die Deutschen wieder richtig Lust und Bock auf Radsport haben. Neben der Profi-Rundfahrt gibt es übrigens knapp über 100 weitere Aktivitäten für Radsport-Fans, zum Beispiel das Jedermann-Rennen, eine Fahrradmesse, die Kinder-plus-Sport-Minitour für große und kleine Kids und viele weitere Aktivitäten rund um das Thema Fahrrad. Wenn das alles auch bei dir Lust weckt, bei der Deutschland-Tour mit dabei zu sein, gemeinsam mit dem Veranstalter der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, verlosen wir einmal zwei VIP-Tickets für das Event. Mitmachen und gewinnen kannst du in der Sportsmaniac-Community auf Facebook oder über den Link sportsmaniac.de Vielen Dank an die Deutschland-Tour für die Unterstützung unseres Podcasts und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Volleyball-Bundesliga hier in Episode 144 des Sportsmaniac-Podcasts. Heimspiel heute für mich im Sportsmaniac-Podcast. Ich bin nämlich gar nicht weit weggefahren von meinem Homeoffice. Nur 19 Minuten habe ich hergebraucht zum Office von der Volleyball-Bundesliga hier direkt an der Spree in Berlin. Und neben mir zu meiner Rechten sitzt die Julia Retzlaff und zur Linken der Frido Gutknecht. Und ich darf heute mit euch darüber sprechen, über eine Innovation, die ihr euch vorstellt, beim Supercup im Oktober, die jetzt offiziell von euch verkündet wurde, heute quasi ein Exklusiv-Podcast. Und wir sprechen auch über eure digitale Strategie. Frido, zu meiner Linken, ist Manager für Marktung und Marketing und Julia ist verantwortlich für die Events, für die Organisation und war lange Zeit davor auch Profispielerin, also hat richtig Ahnung, was das Thema Volleyball angeht, wo ich ja ein bisschen mich mal auf den falschen Fuß erwischen kann. Aber deswegen habe ich da zwei kompetente Partner und darf euch herzlich begrüßen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, erst im Januar beim Spobis. Genau. Haben aber festgestellt, wir haben gemeinsam Bekannte, den Andreas Gelber, den wir jetzt schön grüßen, den du damals bei den Stuttgarter Kickers gearbeitet hast. Genau. Und über die Stuttgarter Kickers bist du jetzt hier gelandet bei der Volleyball-Bundesliga seit 2018 in der Vermarktung. Gibt es denn irgendwas, was ich über euch vergessen habe, was der Zuhörer wissen muss? Zwischen den Stuttgarter Kickers bin ich nochmal fremdgegangen in der Sportart, war noch im Golfsport unterwegs und in der Live-Kommunikation. Aber ansonsten hast du zumindest mich richtig vorgestellt. Genau, mir bleibt eigentlich auch nicht viel weiter was zu ergänzen. Früher sozusagen aktiv auf dem Feld, dann eine kurze Pause gemacht von der Sportart und dann aber irgendwie doch wieder zurückgefunden. Und jetzt bin ich einfach seit vier Jahren hier und darf dann aktiv vom Schreibtisch aus den Sport weiter begleiten. Friedo, ich muss eine Frage stellen, die mir auf der Instagram-Seite gestellt worden ist. Nachdem ich gefragt habe, habt ihr Fragen an die Volleyball-Bundesliga? Und da hat tatsächlich derjenige, den ich gerade genannt habe, gefragt, was macht eigentlich dein Golf-Handicap? Ich habe ein Handicap, das heißt, ich darf auf jeder Anlage spielen. Leider fehlt aktuell die Zeit, regelmäßig Turniere zu spielen und das Handicap zu verbessern. Also erlaube ich mir hier in dem Podcast zu sagen, ich spiele besser Golf, als es mein Handicap aussagt. Aber ich arbeite weiter regelmäßig dran und irgendwann werden auch dann Turniere gespielt und dann schlägt es sich auch auf dem Papier nieder. Das wollen wir hoffen. Heute sprechen wir nicht über Golf, heute sprechen wir über Volleyball. Und eine Frage an euch beide vorweg ist immer die, gibt es denn ein emotionales Sportereignis, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, aktiv oder passiv? Julia, leg mal los. Ja, da gibt es natürlich viele, aber eines, woran ich mich wirklich immer gerne erinnere, das war 2007. Zu der Zeit war ich noch selber aktiv, habe aber mir zwei Wochen vor unserem Saisonhöhepunkt leider das Kreuzband gerissen. Und für uns Volleyballer ist es immer ein absolutes Highlight, am Pokalfinale teilzunehmen, weil wir da eben vor 12.000 Leuten meist in einer ausverkauften Arena spielen dürfen. Und das war natürlich besonders bitter. Ich saß sozusagen geschient neben dem Kort. Und meine Mannschaft hat damals aber irgendwie trotzdem versucht, dass ich dabei bin und hatte selbst designte T-Shirts zum Warm-up an mit meinem Namen drauf. Und eine sehr gute Freundin und Mitspielerin hat dann tatsächlich auch mit meiner Trikotnummer, das Finale bestritten. Und das war schon sehr bewegend, wenn man so diese Wertschätzung des Teams erfährt. Glücklicherweise haben wir dann auch noch gewonnen, durften wir den Titel feiern. Ja, das war ein sehr emotionaler Tag, an den ich ja einfach gerne zurückdenke. Fridu, was war es bei dir? Ein sportliches Erlebnis, muss ich sagen, war 2006. Da bin ich den Boston-Marathon gelaufen. War bisher auch mein erster damals und bisher auch mein einziger. Ein einmaliges Erlebnis. den ältesten und traditionsreichsten Stadtmarathon der Welt laufen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich habe es mir vorher eigentlich nicht zugetraut, aber so wie wir den Sport kennengelernt haben, der entwickelt dann Emotionen und ist dann in diesem Fall ganz besonders, dass man auch dann solche Leistungen schaffen kann. Und ich habe es geschafft, ins Ziel erfolgreich zu erreichen. Respekt. Zeit ist in dem Fall völlig egal. Zeit ist vollkommen egal. Ich bin ein reiner Gefühlssportler, der nicht groß nach Uhr und Puls läuft, sondern auf seinen Körper hört und das macht, was gut tut. Deswegen ist die Zeit irrelevant. Es war einfach nur, das Erlebnis dabei zu sein und quasi das Ziel zu erreichen. Sehr schön. Dann gehen wir diesem Gefühl heute hier in den Podcast rein. Einmal um den Zuhörer mitzunehmen. Wir sitzen hier bei euch im Meetingraum. Sehr schön. Ich glaube, ich wurde noch nie so begrüßt mit. Hier liegt der offizielle Spielball, der zur neuen Saison rauskommt. Hier wurde ein Plakat angetackert an die Tür. Achtung, Podcast-Aufnahme mit meinem Logo drauf. Der Fernseher ist ja mit dem großen Bild zum Supercup am 20. Oktober in der Thule Arena Hannover, was auch unser Thema heute sein wird. Und wir sehen nach links über die Spree, wo die Spree-Dampfer vorbeifahren. Wenn hier gleich die Durchsagen kommen von den Schippern oder wenn die Hupen kommen von den Schiffen, dann macht euch keine Sorgen. Es passt. Ich hoffe, ihr hört den Podcast ganz gut. Wir wollen loslegen mit der digitalen Strategie von der Volleyball-Bundesliga. Welche Ziele verfolgt denn die VBL in dem Bereich? Bevor wir über die Ziele sprechen, Daniel, lass mal ganz kurz erklären, wofür die Volleyball-Bundesliga steht. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch in den letzten Monaten und Jahren erkannt, dass wir die Ziele nur erreichen können, wenn du quasi als Marke eine eigene Identität hast und damit dann auch glaubwürdig die Ziele dann erreichen kannst, die man sich selber setzt. Die Volleyball-Bundesliga in der jetzigen Form mit dem jetzigen Logo und dem Namen Volleyball-Bundesliga gibt es seit 2014. Das ist damals quasi umbenannt worden aus der deutschen Volleyball-Liga. Damals hat man sich überlegt, wofür steht die Volleyball-Bundesliga? Wofür steht der Volleyball-Sport in Deutschland? Und man ist dann relativ schnell aufgrund der Begebenheiten dazugekommen, dass wir als Volleyball in Deutschland eigentlich das Home of Respect sind. Wir sind ein skandalfreier, dopingfreier Sport, wo der Respekt dem Gegenüber genauso entgegengebracht wird wie deinen eigenen Teamkollegen. Und das ist eine gewachsene Struktur aus dem Volleyball-Sport heraus. Man kann nur im Team erfolgreich sein. Das wird dann jetzt auch gelebt. Zum einen von den Vereinen, zum anderen von der Community und drittens dann auch von uns hier im VBL-Center. Und unter diesem Claim kommunizieren wir. Und dann sind die Ziele natürlich, die du auch kennst im digitalen Bereich, die Community zu vergrößern und vor allem Engagement mit der Community zu erreichen. Und da haben wir uns auf die Fahne geschrieben, vor allem in den letzten zwei Jahren und entwickeln das jetzt immer weiter, dass wir sagen, Qualität geht vor Quantität. Wir wollen Geschichten erzählen, die der Sport aus sich selber rausbringt, die aus dem Sport selber rausgewachsen und genau dieses Storytelling dann aufzubereiten, qualitativ hochwertig und die eigenen Geschichten zu erzählen. Da haben wir vor allem in den letzten zwölf Monaten viel gemacht, wo wir dann mit den Vereinen in engem Austausch sind, kommunizieren, was passiert euch, welche Geschichten können wir größer erzählen als Liga. Und dann sind dann Geschichten entstanden, wie eine Flüchtlingsgeschichte, eine erfolgreiche in Alexe beim damaligen Zweitligisten, wo quasi der Sport die Eingliederung dann in die Gesellschaft vollzogen hat. Da geht es um Ballrollerinnen, die Trisomie 21 hat in Aachen, die dann integriert ist und ein vollwertiges Mitglied im gesamten Team, Organisationsteam bei den Heimspielen ist. Und das sind dann so einzelne Geschichten, die wir dann rausfiltern und die wir dann qualitativ hochwertig aufbereiten. Und die führen dann natürlich auch zu einem Engagement mit der Community und vor allem dann auch im zweiten Schritt zu einem Wachstum der Community, weil die Geschichten einfach den Volleyball so erzählen und dann interessant sind für alle. Wie spiegelt sich sowas in Zahlen wieder? Habt ihr da eine Wachstumsrate, die jetzt das letzte Jahr erreicht wurde? Ja, haben wir. Im Facebook sind wir jetzt knapp 25.000 Follower. Es entwickelt sich stetig. Facebook hat ja nicht ganz so ein großes Wachstum. Ich glaube im Gesamten so von 6 Prozent. Wir in den letzten zwölf Monaten von 10 Prozent. Instagram ist vor knapp zwei Jahren neu gegründet worden. Da sind wir jetzt schon bei knapp 10.000. Also das sind natürlich Entwicklungsschritte, die jetzt nicht in den Millionenbereichen dann nicht mehr kaum merkbar sind, sondern wir merken es einfach, dass das Interesse an der Volleyball-Bundesliga und am Volleyball in der Halle deutlich größer wird. Und es geht dann bei diesen Geschichten, wenn wir dann die Videos teilen, geht es dann schon hoch bis zu Klickzahlen von 150.000, wo du dann einfach merkst, es ist Interesse da. Es wird gesehen, es wird geteilt. Und das ist dann ein toller Schneeball-Effekt, vor allem für die Eigenproduktionen, die wir hier selber aus dem Center erstellen. Habt ihr hier ein Mediateam, die Eigenproduzieren oder wie produziert ihr die ganzen Inhalte? Also das ist im Prinzip so, dass wir hier aufgestellt sind mit zwölf Leuten. Also die gesamte Volleyball-Bundesliga hier bei uns im VBL Center, so nennen wir das, besteht aus zwölf Leuten. Du hast ja hier gerade auch schon einen kleinen Einblick bekommen. Das Marketing- oder Digitalteam, was die ganzen Produktionen, die Fredo gerade aufgezählt hat, umgesetzt hat, besteht bei uns im Prinzip aus vier Leuten. Und diese vier Leute betreuen dann aber auch komplett die Bereiche Vermarktung, Vertrieb, Marketing, TV und Streaming, aber auch digitale Themen und PR. Also ein sehr breit gefächertes Portfolio, was die vier Leute hier abdecken. Und dann muss man ja noch dazu sagen, vielleicht der Unterschied zu Handball, Basketball oder Eishockey-Liga, dass wir hier ja nicht nur eine Liga betreuen, wie das viele andere tun, sondern sechs Ligen. Also wir haben die erste Liga Frauen, wir haben die erste Bundesliga der Männer und dann noch vier zweite Ligen, also jeweils Nord-Süd und auch Männer-Frauen. Wir haben nochmal nachgezählt, 75 Vereine insgesamt, was Wahnsinn ist. Genau. Und das ist auch einer der Punkte, worüber wir uns ganz einfach definieren. Auch das hat Fredo schon eingesprochen. Frauen und Männer sind bei uns auf Augenhöhe. Und das spiegelt sich bei uns hier im Center wieder, das spiegelt sich aber auch in den Ligen wieder. Das heißt, wir betreuen alle hier unter einem Dach. Es ist tatsächlich auch so, wenn man sich die Zahlen anguckt, Frauen- und Männervolleyball, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, was die durchschnittlichen Etats angeht, was auch die Zuschauer angeht, befinden sich tatsächlich auf Augenhöhe und nicht nur die sportliche Qualität. Und das ist etwas, worauf wir Volleyballer schon sehr stolz sind und was uns, glaube ich, auch von den anderen Sportarten so ein bisschen abhebt. Kann der Volleyball da ein Vorbild sein für andere Sportarten, wo man sagt, guckt euch die mal an oder guckt euch euch mal an, weil da ist Frauen und Männer ein Gleichgewicht da, da sind die, ich weiß nicht, jetzt kannst du nur sagen, die Gehälter gleich verteilt, da sind die Wichtigkeit der Liga gleich verteilt. Also ich denke schon, wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann ist das ja überall ein Thema. Also Frauen in der Karriere, Pay Gap, überall wird das diskutiert. Und oft ist es ja so, dass kleine Mädchen, die anfangen Sport zu machen, die haben es dann teilweise schwer, irgendwie Vorbilder zu finden. Weil wenn du in die Berichterstattung, in die Zeitung guckst, die großen Sportstars sind oft Männer oder die Mädchen haben es dann teilweise auch schwer, irgendwo diese Vorbilder ganz einfach zu finden, weil sie einfach in der Öffentlichkeit oder auch lokal in den Vereinen oder vor Ort ganz einfach nicht sichtbar sind. Und ich denke, da sind wir im Volleyball schon ganz gut davor, ganz einfach die Sportlerinnen und aber auch die Sportler gleich zu positionieren und auch eine ähnliche Bühne zu bieten, um eben dann auch zum Beispiel den kleinen Mädels ihre Idole zeigen zu können. Und jetzt vielleicht kleiner Seitschwenk. Als ich angefangen habe, Volleyball zu spielen, da war ich sieben und ich war bei Mädchen bei mir zu Hause im Heimatverein und saß da auf meinem Stühlchen und habe die Bälle gerollt und habe die großen Frauen da gesehen und habe gedacht, Mensch, das wäre schon cool, wenn ich da auch mal irgendwann landen würde. So zehn Jahre später stand ich da und hatte dann so ein kleines, sechs-, siebenjähriges Mädchen an der Hand. Also ich glaube, so funktioniert es ganz einfach und ja, da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Dazu vielleicht eine Frage von der Sportsmanage Community auf Facebook, hat jemand gefragt, bietet der Frauenvolleyball sogar ein größeres digitales Potenzial als der Herrenvolleyball? Schwere Frage, aber ich denke schon, da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal zu, beim Thema TV, ist es schon so, dass die Nachfrage ganz einfach auch unseres TV-Partners Sport1 ganz klar in Richtung Frauenvolleyball ging. Also das war nichts, was wir von uns irgendwie positioniert haben oder wollten, sondern da war die ganz klare Ansage, wir sind interessiert an dem Frauensport. Ja, wir zeigen gerne auch die Männer, aber der Schwerpunkt soll bei uns bei den Frauen liegen. Und das ist so das, was uns immer mal wieder auch von außen, von extern gespiegelt wird, sei es jetzt eben aus der TV-Landschaft, sei es aber auch von Unternehmen oder von der Öffentlichkeit. Ja, da vielleicht noch zu ergänzen, noch mal ein bisschen mit Zahlen, Julia hat es ja schon erwähnt, sind Etats und dann auch die Zuschauerzahlen, da ist die Frauenwolle bei Bundesliga, die Teamsportliga Nummer 1 in Deutschland. Wo liegen da so Etats bei den Vereinen? Im Schnitt liegen wir da bei einer Million bis 1,2, 1,3 Millionen. Das ist seit fünf, sechs Jahren immer ein stetiges Wachstum. Es ist aber vor allem ein gesundes Wachstum. Also unsere Vereine sind alle gesund und geht dann in der Spitze dann auch bis zwei Millionen nach oben. Genau, und damit übertrümpfen zumindest die Frauen dann die anderen Frauen Teamsportligen, die man kennt, Fußball, Eishockey, Basketball und Handball. Und wenn ihr jetzt über die Entwicklung eurer Ligen, über die Frauen und die Männer sprecht, an wem orientiert ihr euch da? Habt ihr dann ein Vorbild, wo ihr sagt, das ist ein Benchmark für uns als Volleyball-Bundesliga, die machen das richtig gut, was digitale Kommunikation angeht, digitale Entwicklung und so weiter? In dem Sinne orientieren direkt nicht. Ich habe vorhin erwähnt, Home of Respect, Julia hat es ausgeführt, Männer und Frauen auf Augenhöhe, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal ist von uns nicht erfunden, sondern das ist gewachsen aus dem Volleyballsport. Der hat sich so entwickelt und den leben wir dann auch. Natürlich gucken wir nach links und rechts und schauen, was die anderen machen und was vielleicht auch andere machen, die höhere Budgets haben und neue Wege gehen. Aber genauso wichtig ist es uns, uns selber treu zu bleiben, eigene Akzente zu setzen und einfach die Geschichten erzählen, die sich bei uns ergeben. Und nur wenn wir authentisches Storytelling machen können, können wir dann auch gewinnen und wachsen. Und das ist das Entscheidende. Sonst wären wir auch unglaubwürdig, wenn wir sagen, wir sind das Summer of Respect und erfinden irgendwas. Welche Innovationen und Technologien sind bei euch gerade auf der Agenda, wo ihr sagt, die werden für uns in den nächsten Jahren am wichtigsten sein bei der Volleyball-Bundesliga? Also da ist es das ganz große Thema, was uns im Prinzip seit anderthalb Jahren, zwei Jahren vielleicht sogar beschäftigt, ist das Thema TV und Streaming. Wir waren lange Jahre bei Sport Deutschland TV zu Hause als unsere Streaming-Plattform, wo wir im Prinzip die Erstligaspiele in einem Kamerastreams gezeigt haben und sind aber vor der letzten Saison, also 18, 19, gewechselt zu Sport Total TV. Also in Jahren ein relativ neuer Anbieter, der sehr, sehr innovativ an das Thema rangegangen ist und ja mit vollautomatischen Kameras arbeitet. Und das war auch ein langer Prozess. Und am Ende haben wir uns aber ganz bewusst dafür entschieden, mit diesem innovativen Unternehmen zu gehen, um einfach den nächsten Schritt zu machen. Und sind jetzt in die vergangene Saison, wie gesagt, gestartet, haben aus allen Hallen Ein-Kamera-Streams gehabt, wo die Kamera mit einem Algorithmus dem Ball folgt sozusagen. Also es gibt keine andere Profisportart, die diesen Weg bisher gegangen ist. Hinzu muss man ja auch sagen, dass wir fast 50 Spiele auf Sport 1 hatten letztes Jahr mit Männern und Frauen. Und auch dort haben wir natürlich nicht mit einem Kamerastream produziert, sondern 4 oder 5 plus 1. Und auch dort war es so, dass es eben nicht mehr dieses Althergebrachte, ich habe einen Kameramann in der Halle und der produziert jetzt das Spiel, sondern das waren, ja, ich sage jetzt mal, ferngesteuerte Kameras, die da in der Halle aufgebaut sind. Und der Regisseur sitzt in Köln im TV-Studio und bedient das. Und was natürlich, brauche ich, glaube ich, nicht ausführen, enorme Kosteneinsparungen, Synergieeffekte sind, wenn man diese Hallen entsprechend so ausstattet. Und ja, da sind wir eben auf einem sehr, sehr guten Weg, dieses Thema wirklich state of the art anzugehen. haben da auch mit Sport 1 und Sport Total zwei Partner, die da total offen sind und das Thema mit uns gemeinsam vorantreiben, aber auch am Ende für die Vereine, weil die mussten da natürlich auch sich bewegen, sage ich jetzt mal so. Und da sind wir alle gemeinsam auf einem guten Weg und werden da auch jetzt dieses und nächstes Jahr weiter daran arbeiten, dass dann auch die Qualität sich noch weiter verbessert und all solche Themen. Ist dann auch mal sowas gedacht wie ein eigener OTT-Channel, dass ihr als Volleyball-Bundesliga einen eigenen Kanal habt, den ihr selber monetarisiert? Also es ist so, dass wir aktuell ja auf der Plattform Sport Total TV auch mit einer eigenen, ich nenne es jetzt mal Volleyball-Welt, präsent sind. Und das ist momentan das Medium der Channel, auf dem Volleyball ganz einfach stattfindet. Und zumindest vorerst ist da auch nichts, ja, keine Notwendigkeit, das irgendwie anders zu halten. Was gibt es neben Streaming und TV-Rechten noch, wo ihr sagt, das sind Technologien, Innovationen, die uns auf jeden Fall beschäftigen werden? Wir haben ein Partnerunternehmen oder ein Tochterunternehmen sogar, die Volleyball IT, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein sexy Thema, sage ich jetzt mal so, aber das Thema Datenbanken für uns abwickelt, entwickelt, ganz einfach darstellt. Und auch dort sind wir verglichen mit anderen Sportarten, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir im Prinzip eine eigene Entwicklung haben, eine eigene Datenbank, die im Prinzip für all unsere Dienstleister, sei es der Statistik-Dienstleister, der die Scouting-Files erstellt beim Spiel, sei es die TV-Produktion, die irgendwelche Live-Daten benötigt, die alle auf diese eine Datenbank zugreifen können und wir im Prinzip diejenigen sind, die diese Daten erheben, sodass wir dort, ja, ganz einfach nach den unterschiedlichsten Anforderungen ganz einfach die Schnittstellen zur Verfügung stellen können. und auch beispielsweise, wenn Vereine selbst digitale Projekte angehen, sei es Apps oder diverse andere Themen, dort im Prinzip, ja, die Daten zur Verfügung stellen können. Friedo, jetzt bist du hier der Vermarktungsexperte am Tisch. Wo siehst du da die größten Erlöspotenziale für euch als Liga? Die größten Erlöspotenziale liegen da nicht rein nur im digitalen Bereich. Dafür sind die Strukturen und die Communities jetzt noch nicht groß genug, um zu sagen, ja, man spricht da klassisch über Reichweite, 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 Reichweite. Steht da leider immer noch so ein bisschen vor, Qualität und Inhalt. Aber hat Julia schon erwähnt, der gesellschaftliche Wandel wird vorangetrieben und den begleiten wir natürlich eng und sind da natürlich vorne dabei. Es ist immer noch eine Kopplung zwischen TV und im digitalen Bereich und dann natürlich das Gesamtpaket als Liga. Wir sprechen da über das Naming Ride oder über andere Pakete dann. Es ist so, dass wir als Volleyball-Bundesliga mit den Vereinen gemeinsam frühzeitig schon entschieden haben, diese Werbeflächen können dann der Liga zur Verfügung gestellt werden, wenn es dann einen großen nationalen Partner gibt, dass dann auch da quasi dann neben TV und digital dann quasi alle Bereiche dann abgedeckt sind und von daher ist da jetzt eine, sag ich mal, eine Unterscheidung rein digital noch nicht. Dafür müsste man dann wieder eigene digitale Projekte entwickeln und ich glaube, da ist es dann ganz gut, wenn wir den Fokus auf das legen, diese Innovationen, die Julia erwähnt haben, die uns nach vorne bringen, die spannend sind und dann da Schritt für Schritt weiter nach vorne gehen. Wenn wir jetzt den Weg anschauen, dass ihr euch transformiert ein Stück weit, wo steht ihr gerade auf eurem Weg und wo wollt ihr noch hin? In der digitalen Welt sage ich immer ganz gerne, man steht da immer am Anfang. Da ist so viel im Wandel, wir kriegen es hautnah mit, du noch viel, viel besser wahrscheinlich durch deine wöchentlichen Podcasts und deine Recherche. Von daher ist man da immer am Anfang. Im Bereich TV sind wir seit anderthalb Jahren regelmäßig zu sehen. Sport1 überträgt die Spiele, wie Julia schon gesagt hat, mit Remote-TV-Produktion und dann über unseren Dienstleister und ein paar Streamingpartner Sporttotal. Da sind wir schon weit vorne. Vielleicht auch noch erwähnenswert, auf Sport1 gibt es dann auch das Talk-Format, das wöchentliche Magazin Volley Talk, was online zu sehen ist. Das hat in dem Sinne jetzt bei Sport1 auch jetzt keine andere Sportart dort zu bieten. Und das ist in den letzten zwei Jahren deutlich mehr vorwärts gegangen und auch da dann aber trotzdem Schritt für Schritt. Weil wenn wir sagen, wir wollen immer irgendwo dabei sein und alles machen, dann geht es meistens schief oder es ist dann eine verlorene Zeit, sage ich mal. Von daher ist es dann für uns vor allem wichtig, die ganzen Themen zu qualifizieren, zu prüfen, im Team intern zu diskutieren, dass wir dann zum einen dann die Community, aber auch dann die Vereine mit auf den Weg nehmen können, weil wir quasi nur die Dachorganisation sind und es muss dann von allen anderen Beteiligten ja auch gelebt werden. Inwieweit helft ihr da den Vereinen bei deren Digitalisierung? Habt ihr sowas wie Weiterbildungsmöglichkeiten oder zum Beispiel eine gewisse Förderung für Digitalprojekte? Monetäre Förderung, wenn du das jetzt ansprichst, in dem Sinne nicht, aber es gibt natürlich klar die Förderung im Bereich der Kompetenzen oder dann auch des Screenings, was du vorhin erwähnt hast, nach links und rechts schauen, gibt es Benchmark, gibt es gute Themen. Das können wir als Liga natürlich auch immer nur bedingt forcieren, weil wir natürlich den Vereinen ihre Hoheit geben müssen und jeder Verein soll natürlich auch die eigene Marke werden und sich individuell selber entwickeln. Aber es gibt einen regelmäßigen Austausch, es gibt Arbeitskreise, es gibt Workshops, es gibt Best-Case-Diskussionen auch und da ist auch der Austausch zwischen den Vereinen sehr, sehr gut, dass man sich gegenseitig unterstützt und dann gerne auch Projekte gemeinsam umsetzt. Und dann sind wir wieder beim Home of Respect. Das ist dann wirklich eine gelebte Zusammenarbeit und die Konkurrenz findet quasi nur auf dem Spielfeld dann statt, wenn es um Punkte geht zwischen den zwei Mannschaften. Beim Thema Innovation ist man immer auch schnell dann bei der Ausrede zu sagen, es kostet Geld. Wie siehst du diesen oder wie seht ihr diesen Spagat zwischen okay, was Neues einführen und uns digitalisieren, moderner werden, besser werden und auf der anderen Seite ja, wir haben kein Budget, wir müssen eigentlich den sportlichen Betrieb aufrechterhalten. Wie kann das zukünftig funktionieren? Ja, also da ist ja immer so dieses geflügelte Wort, wenn genug Geld da ist, dann scheint es immer einfacher zu sein und wenn man das Geld dabei nicht hat, dann ist so die Kunst, damit auch umzugehen und muss man leider sagen, dass wir im Volleyball, sowohl wir als Institution oder als Liga, als auch die Vereine nicht auf Rosen gebettet sind, noch nicht. Die Situation hat sich natürlich verbessert, aber ich glaube, da geht es oft mit einer großen Portion ja, Kreativität, Idealismus, viel Einsatz und dann werden teilweise Dinge realisiert, die dann schon beachtlich sind, wo man einfach erfinderisch ist. Also so ein gutes Beispiel, das ist vielleicht jetzt nicht Innovation, aber doch vielleicht Marketing-Ideen angeht, gibt einen Verein in der Männerbundesliga, Herrsching, unten am Ammersee, die jetzt von den Rahmenbedingungen sicherlich nicht der am besten aufgestellte Klub ist, was die Halle angeht und so weiter, aber die haben einfach eine sehr coole Marke kreiert, die nennen sich selbst der geilste Klub der Welt. Sind das die mit den Dirndln? Mit den Lederhosen, genau, Lederhosen-Trikots. Guck mal, das kriegst sogar ich mit. All solche Dinge, genau, oder wir haben auch in der zweiten Bundesliga einen Verein in Borken, also das ist wirklich im Nirgendwo, die haben einen Zuschauerschnitt, der liegt bei über 800, die haben teilweise bei den Zweitligaspielen mehr als tausend Leute in der Halle, wo der Schnitt der Liga bei 280 ist oder so. Also die ziehen einfach in ihrer Region, ist das das Highlight, da geht man hin und die machen da ganz großartige Arbeit und ich glaube, das sind so Beispiele, die dann zeigen, dass manchmal auch mit wenig viel möglich ist. Und da ist sicherlich eine Benchmark im Volleyball, hier die Berlin Recycling Volleys, die haben im letzten Jahr in Berlin hier ein zehnjähriges Jubiläum in der Max-Schmähling-Halle gefeiert und haben die ganze Saison über zehn Spiele, zehn Highlights sozusagen bei jedem Heimspiel ein anderes Feuerwerk abgefackelt. Mit 3D-Mapping, das gab es so im Volleyball in Deutschland auch noch nicht und das auch mit vergleichsweise geringen Mitteln und ich glaube, das ist so ein bisschen aktuell das Geheimnis, ja, das Erfolgsgeheimnis unserer Sportart. Sind das so Ideen, die auch dann von euch gemeinsam mit Vereinen entwickelt werden oder sind das dann Einzelinitiativen von den Vereinen? Also da würden wir uns jetzt, glaube ich, mit fremden Federn schmücken, wenn wir behaupten würden, dass das hier bei uns entstanden ist. Das sind zum Großteil schon die Vereine selbst. Natürlich sind wir als Liga auch Veranstalter beispielsweise des Supercups oder auch mit dem Verband gemeinsam des Pokalfinals und sicherlich versuchen wir auch dort, dazu sind die Vereine natürlich auch immer eingeladen, Dinge zu zeigen, Dinge auszuprobieren und Impulsgeber zu sein. Dann lass uns über eine Innovation sprechen, die ihr jetzt zum Supercup am 20.10. in Hannover, in der Thulia Arena geplant habt, gemeinsam mit dem Partner ASB und es geht um einen Glassfloor, heißt es Übersatz. Hier liegt auf dem Tisch auch eine Glasplatte mit einzelnen Punkten drauf für den Laien. Was wird uns da erwarten? Es ist eine Neuheit. Es hat in dem Sinne noch nie in einem professionellen Teamsport bei so einem großen Event stattgefunden, dass auf einem Videoglasboden gespielt wurde. Du musst dir das so vorstellen, unser Spielfeld, 9x18 Meter, wird quasi ein großer LED-Videobildschirm sein, Multimedia-Bildschirm sein, mit dem du alles, was digital möglich ist, darauf abspielen kannst. Das ist quasi ein auf den Kopf gestellter großer Bildschirm und darüber ist dann genau dieser Glasboden, das sind zwei Glasscheiben, die mit einer Folie miteinander verklebt sind. Die obere Glasscheibe ist dann leicht geäzt, damit es keine Reflexion quasi gibt mit den Scheinwerfern und so weiter und so fort. und das ist eine Innovation, die bisher nur bei Show-Events oder auf Messen so als Cases dargestellt und durchgeführt wurden und das mobiler Boden und den bauen wir beginnen zwei Tage vor dem Event in der TUI Arena in Hannover auf und werden dann das erste große Sport-Event sein, was auf diesem Boden spielen wird und Vorfreude ist schon sehr, sehr groß. Ich muss mir so vorstellen, ich weiß nicht, wie das als Spieler dann ist, wenn ich plötzlich auf dem Glasboden stehe, vielleicht kannst du das sagen, Julia, lenkt das ab oder ist das genau das Gleiche wie beim normalen Boden? Also diese Frage haben wir uns natürlich jetzt im Vorgang auch gestellt, sind ja mit dem Unternehmen ASB Glasfloor schon seit längerer Zeit auch in Kontakt und haben natürlich beispielsweise auch ein Probetraining gemacht und haben da Bundesligaspielerinnen hingeschickt und haben gesagt, also natürlich stand ich da selbst auch drauf, habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, kann man bestimmt machen, aber die Aussage reicht ja nicht. Also wie gesagt, da fand ein Training statt, haben dezidiert danach auch mit den Spielern gesprochen und haben gesagt, Mensch, das ist ja cool. Also natürlich kann man ja drauf Volleyball spielen, kann genauso gut springen und genauso gut über den Boden rutschen und einen Hechtbagger machen wie auf einem anderen Boden auch. Und Friedo hat es ja gerade schon gesagt, das ist zwar Glas, aber es fühlt sich nicht an wie Glas. Also lohnt sich ein Blick auch mal auf den YouTube-Channel von ASB Glasfloor. Also da gibt es auch wirklich krasse Videos, konnte ich auch nicht glauben, wie diese Glasscheibe mit weiß ich nicht wie viel Tonnen Gewicht sich dann plötzlich verbiegt, als wenn das so ein Blatt Papier wäre. Also diese Flexibilität dieses Glases ist schon beachtlich, sodass da Dämpfung und Schwingungseigenschaften und was alles und Sportboden braucht auf jeden Fall gegeben ist. Ich muss da auf jeden Fall das Video nochmal hin in die Shownotes verlinken unter sportsmanic.de slash Episode 144. Ich habe es nämlich vorher auch angeschaut in Vorbereitung auf das Interview jetzt und muss sagen, ist cool, vor allem auch gerade, wenn man mal den Schritt weiter denkt in Richtung Multifunktionshallen, dass man einen Boden einbaut und kann plötzlich zig Sportarten innerhalb von kürzester Zeit spielen. Wir wollen aber auch ein bisschen auf die Marketingseite schauen. Mich interessiert es mal, wie kommt so eine Innovation zu euch? War das ein Partner wie der ASB, der gesagt hat, hey, schau dich das mal an, lass das mal machen oder sagt ihr, hey, was können wir beim Supercup Neues machen, was können wir Innovatives machen? Wo geht da der Innovationsdrang los? Also man muss ja tatsächlich sagen, dass jetzt nicht dieses Thema Innovation erst mit ASB gekommen ist, sondern letztes Jahr, Supercup 2018, haben wir ja tatsächlich mit der Comdirect auch einen Naming-Ride-Partner bekommen oder gewinnen können, die sich auch ganz klar an uns gewandt haben mit dem Thema, wir wollen euer Innovationspartner sein. Und die Video Challenge gab es schon vorher bei Events, haben sie auch mitgebracht, aber auch das Thema Bewegungsdatenanalyse mit Kinexon, sprich, die Spieler tragen alle einen Chip im Trikot und es ist messbar, wie hoch sie springen, wie weit sie laufen, wie schnell sie sich bewegen. All solche Themen sind damals eben mit der Comdirect zu uns gekommen und mit ASB war es ähnlich. Also da sind wir jetzt schon seit zwei Jahren mit dem Christoph Babinski, mit dem Geschäftsführer dort in Kontakt und bis so die Rahmenbedingungen dann so sind, dass man dieses Projekt tatsächlich auch realisieren kann, vergeht natürlich ein bisschen Zeit, aber da sind wir sehr, sehr froh, dass wir uns gefunden haben sozusagen, weil wir Lust auf solche Themen haben und weil ASB ganz einfach Lust hat, das Produkt auch im Profisport zu sehen und deswegen freuen wir uns auf Oktober. Das ist ein guter Showcase. Wenn ich jetzt mal als Markerseher denke, denke ich mir direkt, okay, da muss doch mehr gehen als nur das Spielfeld. Was macht ihr noch mit dem Boden? Kann man den noch irgendwie aktivieren für eure In-Arena-Kommunikation? Was macht ihr da drauf? Ich habe vorhin kurz erwähnt, grundsätzlich mit dem Boden und mit dem Videobildschirm drunter kannst du alles machen, was digital möglich ist. Im Grunde genommen hast du bei so einem Event drei Bausteine. Du hast einmal den Sport, dann hast du Entertainment und du hast Werbung über deine Partner, die dich unterstützen und das Event dann auch erst möglich machen. Du warst selber oft genug bei Events, bisher war es so, auf dem Spielfeld hat der Sport stattgefunden, die Werbung war drumherum und das Entertainment war dann durch über die Hallenmusik oder auf dem Videowürfel zu sehen. Und der Lumiflex-Boden von ASB bietet das erste Mal die Möglichkeit, alles miteinander ganz eng zu verzahnen. In dem Sinne findet alles auf dem Spielfeld statt und das ist das Spannende. Vor allem ist die Verzahnung dann immer im Fokus der Zuschauer. Es ist ein absolutes Produkt, was natürlich ein ganz anderes Event-Erlebnis in der Halle ermöglicht, was den Sport auch ganz anders darstellt und das ist jetzt auch genau das Spannende, woran die Arbeit dann so viel Lust macht hier im Team. Es ist ein ganz neues Feld und jetzt ist die entscheidende Frage, wie mutig sind wir? Also du musst dir das so vorstellen, man kann quasi über einen Knopfdruck von einer Sekunde auf die andere Sekunde das Spielfeld, was der LED-Boden ist, komplett verändern. Das heißt, während dem Ballwechseln ist das Spielfeld natürlich zu sehen, damit der Spiel auch stattfinden kann, aber zwischen dem Ballwechseln haben wir die Möglichkeiten, dann den Boden zu verändern und quasi dann mit der Hallenmusik, mit dem DJ, wenn es eine starke Blockaktion war, den Boden zu verändern, dass dann ein Block dargestellt wird, eine Mauer bröckelt oder irgendwelche anderen Themen dann eingebunden werden. Genauso können wir dann zum Beispiel dann auch Partner damit einbinden, dass es dann einen Presenter gibt, der dann diese einzelnen Spielstilen präsentiert, Matchball oder Satzball und das bietet dann ganz andere Möglichkeiten zur Unterhaltung, zum Entertainment, aber auch zur Animierung der Zuschauer. Volleyball ist ein Spiel, was, wenn es fünf Sätze ist, kann zwei, zweieinhalb Stunden dauern und es löst einfach Emotionen aus Begeisterung, man ist sofort mit dabei, jeder Punkt zählt, es geht hin und her und jeder Ballwechsel ist komplett anders, also es ist keine Eintönigkeit und das bietet jetzt der Boden natürlich noch mehr Möglichkeiten an, das Ganze unterhaltsamer zu machen und attraktiver zu machen und das eigentlich Tolle ist ja, der Sport steht dabei mit im Mittelpunkt, das heißt, die Werbung oder das Entertainment-Programm lenkt nicht vom Spielfeld ab und vom Sport, sondern es wird zusammengefügt und das ist jetzt das Spannende, was wir, wie mutig wir sind, was wir alles umsetzen wollen, was wir alles umsetzen können, das hat Julia schon erwähnt, geht dann auch über Kinexon, Datentracking, man kann es so weit machen, dass man dann irgendwann quasi bei den Spielern dann schon die Daten, Sprunghöhe mit auf den Boden einbindet, ob wir das jetzt beim Supercup schon machen, wie weit, welche Schritte wir alle gehen, nochmal offen, deswegen alle am 20.10. in die Tour Arena nach Hannover kommen und es einfach mal miterleben, es ist ein Highlight, es gab es noch nie, also es ist zum ersten Mal, dass man das sehen kann, genau und dann schauen wir mal, was wir alles umgesetzt haben. Und so rein technisch, kann ich das dann auch live bespielen, also kann ich zum Beispiel auch sagen, ich binde meine Social Media Kanäle ein, lass zum Beispiel Tweets drüber laufen, über den Boden oder sowas, geht das auch? Im Grunde genommen kann man das auch machen, ja klar, man ist digital möglich, ist dann quasi, du musst ja nur diese Bilddatei oder das Live-Feed erstellen sozusagen und dann kannst du das auch mit einblenden. Wie das dann sichtbar ist, in der Halle ist natürlich dann immer ein anderes Thema, die unteren Plätze, die näher am Spielfeld dran sind, sehen den Boden vielleicht dann nicht ganz so ideal, sondern eher weil man höher sitzt, aber auch da gibt es Möglichkeiten, das Spielfeld ist 9x18 Meter breit, wir können die eine Seite zur Gegengerade machen und die andere Seite können wir zur Haupttribüne, sage ich mal, drehen und sind da völlig flexibel in der Darstellung. Also auch da wird es dann für uns und in Zusammenarbeit mit dem Team von ASB und um Christoph spannend zu sein, wie nutzen wir den Boden denn wirklich? Im Showcase, also wir haben jetzt Show-Events für Nike schon gemacht in Berlin und in Las Vegas und viele kennen den Boden wahrscheinlich, wenn sie ProSieben geschaut haben von der Show. Jokon Klaas gegen ProSieben, da war der Boden das erste Mal dann quasi in der TV-Produktion immer im Einsatz und da haben die dann quasi ihre TV-Spiele auf dem Boden dargestellt und da hat man dann schon gesehen, was der Boden denn alles kann. Genauso ist es möglich, beispielsweise da interaktive Spiele dann auf den Boden zu machen mit den Zuschauern, wenn wir sagen, wir machen ein Gewinnspiel zwischen den beiden Spielen und so weiter. Ich habe da direkt so ein paar Bilder im Kopf, wo du dann auch die Schrittfolge oder sowas dann nachmachen kannst oder sowas, dass da dann eine Fanaktivierung da hat. Genau, das sind gerade die spannenden Diskussionen. Ich habe vorhin kurz die drei Bausteine, Sport, Entertainment und Werbung in Zusammenhang gebracht. Da diskutieren wir dann, Julia natürlich, für die sportliche Seite und für das Spiel, was im Vordergrund stehen wird. Wir natürlich dann aus dem Bereich Vermarktung, es muss überall Werbespots laufen. Theoretisch kann man TV-Werbespots drauf abspielen und muss nicht auf den Würfel gucken, sondern man kann das gesamte Spielfeld nehmen. Und da natürlich die Kollegen, die sagen, ja, es muss Entertainment sein, ich brauche ein Musikclip mit drauf, die Musik muss nochmal untermalt und verstärkt werden. Und da ist es ganz spannend, den Mittelweg zu finden, dass quasi alle drei Bereiche gleich gut abgedeckt werden und nicht der eine gegen den anderen verliert und dann die Zuschauer sagen, ah, das ist toll, der Boden, aber er bietet mir jetzt nicht den Mehrwert, den er eigentlich bieten kann. Und das ist das Spannende an dem Projekt. Wie ist das Erlebnis für den Fan vor Ort im Vergleich zum Fan zu Hause vorm TV-Bildschirm? Ist da ein Unterschied oder ist das gleich? Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Man muss aus den bisherigen Gesprächen und Erfahrungen ganz klar sagen, dass der Boden natürlich vor allem für das Publikum in der Halle das absolute Erlebnis ist. Wenn du Volleyball im Fernsehen schaust, dann hast du auch trotz des kleinen Spielfelds sechs verschiedene Kamerapositionen und zwischen dem Ball wechseln ist dann wieder vor allem der Fokus auf dem Trainer oder auf der Mannschaft, die zusammenkommt oder auf der Spielerin, die den Punkt gemacht hat. Also in dem Sinne geht es ja dann darum, das koppelt sich dann wieder TV-Produktion, TV-Übertragung mit dem, was wir im Marketing haben, Gesichter zu entwickeln, Identifikationsfiguren zu schaffen und das gelingt uns natürlich dann auch durch diese Nähe und durch diese Enge auf dem Spielfeld dann über die TV-Produktion. Da gibt es keine Grenzen und jetzt ist in den nächsten Monaten die Aufgabe, rauszufiltern und zu qualifizieren. War es wirklich sinnvoll, war es nicht. Sicherlich auch mal ein paar Sachen zu machen, die so ein bisschen schmunzeln sind. Wir wollen natürlich auch zeigen, was der Boden kann. Es wird nicht so sein, dass wir alles das sofort jetzt im ersten Jahr zeigen, was der Boden dann auch wirklich kann. Es soll funktionieren, es soll ein Experiment sein und es soll vor allem auch, ich glaube, man muss so einen Zuschauer erstmal langsam ranführen an so ein Thema und jetzt nicht direkt mit der Entertainment-Keule ihm um die Ohren hauen, was alles geht, weil es ist halt ein Bewegtbild. Man kann viel daraus machen. Es irritiert vielleicht auch den einen oder anderen, der gewohnt ist, dass er seit 20 Jahren Volleyball guckt auf einem Feld, das sich nicht bewegt. Definitiv, definitiv. Und auch wie Fredo gerade gesagt hat, Unterschied in der Halle und vor dem Fernseher. Bei den TV-Bildern geht es in erster Linie darum, die Emotionen der Spieler einzufangen. Also wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann finde ich es doch super, der Spielerin, nachdem sie den Matchball reingehauen hat, die Nahaufnahme vom Gesicht zu sehen, wie sie ihre Freude rausschreit oder bei den Verlierern zu gucken, wie die sich im Grund und Boden ärgern. Das ist ja das, was den TV-Zuschauer packt und für die Sportart einnimmt. Und natürlich geht es darum, auch die Atmosphäre in der Halle einzufangen und die begeisterten Fans zu zeigen und so weiter. Und ja, auch dieser Boden spielt da natürlich eine Rolle, weil er einfach zu dem Gesamtpaket dazu gehört. Aber am Ende ist es unser Sport, den wir verkaufen wollen und unser Sport, den wir inszenieren wollen. Und der Boden ist Mittel zum Zweck, aber nicht die Hauptattraktion, sondern das ist nach wie vor sind die Spielerinnen und die Spieler und das wird auch so bleiben. Friede, jetzt muss ich noch eine Frage an dich stellen, weil es dein Thema ist, Vermarktung. Du hast gesagt, Sponsoren werden auch mit eingebunden, wenn ich jetzt die kaum direkt bin und sage, was kann der Boden, was kann ich denn da machen, wie kriege ich da meine Marke drauf am besten platziert? Hast du vorhin selber beantwortet, die Frage alles. Und dann schauen, dann schauen wir, was sinnvoll ist. Es ist natürlich, es ist immer eine Zusammenarbeit aus beiden. Es treffen die Interessen der Partner und treffen dann die Interessen der Volleyball-Bundesliga und in dem Fall jetzt von ASB-Classfloor aufeinander. Und im Vordergrund steht immer noch der Sport. Also wir wollen da Top-Sport präsentieren. Es ist einfach so, beim Supercup, es spielt der Deutsche Meister gegen den Pokalsieger der Vorsaison. Es sind die vier besten Teams vor Ort. Es ist ein Männer- und ein Frauenspiel, also wieder auf Augenhöhe. Bei uns sind es immer Doppel-Events. Und dann geht es einfach, herauszufinden und zu filtern. Ist beispielsweise, in dem Fall, jetzt können wir ganz groß eine Öffnungsshow machen. Wir haben dann Spieltagsablaufplan und so weiter. Da haben wir dann ein Zeitfenster von sieben bis 15 Minuten. Wie sieht die Öffnungsshow aus? Da erzählen wir natürlich die Geschichte des Volleyballs, also sprich, wie sind die Vereine letztes Jahr deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Aber wir können natürlich auch den Partner mit einbinden, mit seinen eigenen Kommunikationsmitteln und seiner eigenen Kommunikationsthemen, die er gerade hat. Und im zweiten Punkt, wenn man sich dann darauf geeicht hat, dann muss man einfach auch schauen, wofür können wir den Boden ideal einsetzen? Wir haben vorhin gesprochen, TV nicht garantiert, weil andere Blickwinkel und eventuell geht da das TV selber mal in eine Werbepause, wenn dann der Boden dann über Werbung läuft. Also wie nutze ich das vor allem dann für meine digitale Kommunikation? Wenn du, kann ich dir nur empfehlen, mal Christoph einlädst, Geschäftsführer von ASB Glassfloor und mit ihm über diesen Boden und dieses Projekt, wo er ja quasi mit seinem Team auch schon mehrere Jahre daran arbeitet, spricht, da geht es nur um digitale Kommunikation, um digitale Reichweite und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt aus dem Teamsport quasi mit Unternehmen sprechen, geht es immer erstmal um TV-Reichweite. Und auch da sind wir in diesem Prozess, wo aktuell ein Wandel herrscht, wo der Fokus sich auch langsam verschiebt. Und dann sind wir bei deiner allerersten Frage, Ziele, wie erreiche ich denn meine Zielgruppen? Wo ist denn meine Zielgruppe? Mit welchem Produkt erreiche ich das? Und dann kannst du auch dann eine optimale Kopplung zwischen TV-Werbung auf der LED-Bande, die dann im Blick ist oder Bodenaufkleber, die es im Volleyball gibt oder dann mit der Halle mit den Zuschauern und dann dort deine Kommunikation machen. Da reden wir dann ja vor allem auch über die Verlängerung der Werbung in den digitalen Medien. Also wie kann ich das Event dann im Nachgang nutzen? Klassisches Beispiel, Handy-Videos inzwischen. Also jeder wird wahrscheinlich nicht in der ersten Stunde passieren, aber wenn wir dann den Boden dann zeigen, dann werden die Zuschauer ihr Handys zückt und sagen, ich will das selber das Video machen und ruckzuck habe ich vielleicht mal so einen Werbespot dann auf anderen privaten Kanälen von irgendwelchen Zuschauern dabei und kann genauso gut sinnvolle und zielgerichtete Werbung sein, wie jetzt der klassische TV-Werbespot. Also ich glaube, den in meinen Augen geilsten Weg, den man machen könnte, ist, dass man einen Hashtag nutzt, den habt ihr wahrscheinlich zum Event und unter diesem Hashtag man die Möglichkeit hat, dann auch in der Halbzeit auf dem Boden zu erscheinen, ähnlich wie die Fan-Camps, Kiss-Camps und sowas. Dann habt ihr die digitale Reichweite verbunden mit der Aktivierung vor Ort und hättet einen idealen Boost für die Reichweite. Genau, diesen Schulterschluss gilt es jetzt zu finden. Das war zu einfach, das ist der Klassiker. Wir haben auch ein Hashtag, Hashtag Hannover Schmettert, steht auch auf den Plakaten und visualisiert, worüber natürlich jetzt vor allem in den kommenden zwei bis drei Monaten dann die Kommunikation jetzt angeschoben wird. Unsere Vereine sind jetzt quasi aus der Sommerpause zurück. Nächste Woche ist fast überall bei den ersten Bundesligisten Trainingsauftakt. Dann entsteht der Content automatisch und dann wird dann da dann auch auf das Event vorbereitet und idealerweise ist natürlich das Ziel, dass nicht nur wir dann ein Video machen und das verlinken, dass es die Verlängerung gibt, sondern dass dann die Zuschauer dann automatisch dazu animiert werden, das zu tun und der Boden bietet quasi die perfekte Möglichkeit und die perfekte Option, dass es passiert, ohne dass wir das jetzt groß nochmal auffordern müssen, wie jetzt bei einer Kiss-Camp zum Beispiel, wo man dann zwei, drei Paare quasi in der Halle abfilmt, die dann doch nicht wollen, so, dass es dann einfach keinen Leerlauf gibt. Der Klassiker. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Am 21. Oktober ist das Event vorbei, der Boden wird abgebaut. Was passiert dann damit? Wird sowas dann auch in anderen Hallen eingesetzt oder in der Liga zum Beispiel auch darstellbar, dass das eingesetzt wird? Also prinzipiell ist das natürlich erst mal denkbar. Also es ist nichts ausgeschlossen, aber hier intern oder gemeinsam auch mit unseren Partnern bewerten wir das jetzt, was in Hannover passiert, schon als Pilotprojekt, Test-Event, wie auch immer. Also wir wollen es ausprobieren, wir haben die Chance dazu und wir gehen davon aus, dass es sehr erfolgreich sein wird und natürlich werden wir dann schauen, kann man das umsetzen und da sind natürlich ganz, ganz viele Fragen, die noch nicht mal im Ansatz geklärt und besprochen sind, weil ganz mal davon abgesehen von dem operativen Aufwand, also normalerweise so einen normalen, ich sag jetzt mal Sportboden zu verlegen, dauert wenige Stunden. So einen Glasflor zu verlegen, dauert länger als einen Tag. Das musst du natürlich erst mal machen können. Und dann ist die andere Frage natürlich auch die Finanzierbarkeit. Also das sind alles Themen, die sind noch nicht angegangen. Wir werden jetzt zusehen, dass wir das am 20. Oktober erfolgreich hinbekommen und freuen uns drauf und genau diesen Fragen werden wir uns dann danach widmen. Und das wird aber, kann ich auch jetzt schon sagen, nicht in dieser und wahrscheinlich auch nicht in der nächsten Saison passieren, weil das einfach natürlich Themen sind, die Zeit brauchen. Ich drücke euch jetzt erst mal die Daumen, dass der Test erfolgreich ist. Ich finde es ja schon mal gut, dass ihr da sagt, wir wollen den innovativen Weg gehen, wir sind mal mutig, wir stellen das mal rein und testen das mal. Wir machen ein neues Produkt für unsere Vermarktbarkeit oder für unsere Kunden, die auch den Boden dann nutzen können und so weiter. Deswegen viel Erfolg, schon mal dafür. Abschließend vielleicht noch für den Zuhörer, ich verlinke alles in den Shownotes, was ihr jetzt gerade genannt habt, wie die Technologie funktioniert. Auch den Link zum Event kommt am 20.10. nach Hannover. Tickets sind bestimmt sehr, sehr rar, aber könnt ihr noch kaufen, denke ich mal, um die Verknappung ein bisschen reinzubringen. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, wo sehe ich das? Sport 1? Ja, Sport 1 überträgt beide Spiele live im Fernsehen, im Free-TV. Die Spiele beginnen zuerst, spielen die Männer, 13.45 Uhr. Sport 1 wird aufgrund des Doppelpasses und der Fußball-Bundesliga ab 14 Uhr aufs Händel gehen. Und dann gibt es eine TV-Strecke über fünf Stunden, wo dann Volleyball-Superkampf kommt, wo es dann auch über den Boden geht, wo natürlich auch der Boden nochmal erklärt wird. Das ist für Sport 1 natürlich auch ein Highlight, bei diesem Event dabei zu sein und quasi der erste TV-Sender zu sein, der diese Innovation der Öffentlichkeit präsentieren darf. Und Volleyball pur mit Entertainment und auch ein bisschen Werbung. Dann freue ich mich, dass ich nicht der erste TV-Sender, sondern der erste Podcast war, der über diese Innovation berichten konnte. Vielen Dank schon mal bis hierhin für eure Antworten. Ich habe jetzt noch sieben knifflige Fragen, die Best of Seven, die ihr hoffentlich als Podcast-Hörer kennt. Und die erste Frage ist, wann ist euch das letzte Mal vor Überraschung die Kinnlade runtergefallen? Jetzt gerade bei der Frage. Nein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die schwierig zu beantworten ist. Aber wir sind ja hier in Berlin und ich glaube, da gibt es jeden Tag aufs Neue, wenn man einfach nur durch die Straßen geht, viele Momente, wo einem mal die Kinnlade kurz runterklappt. Von daher glaube ich, das eigene Leben erhält so viele Überraschungen und spannende Momente dabei, die wieder Sport einfach Begeisterung in uns Menschen auslöst. Und ab und zu fehlen einem, dann machen wir die Worte. Ihr habt euch, glaube ich, vorher abgesprochen, ihr wechselt euch ab, deswegen stelle ich die Frage jetzt per Du. Wie bleibst du über digitale Trends und Innovationen auf dem Laufenden und wie bildest du dich weiter? Ja, also ganz Klassiker, Spobis zum Beispiel, auch natürlich ein Pflichttermin. Also wer im Sport unterwegs ist, der sollte da hingehen. Auch wir waren dieses Jahr wieder mit mehreren aus unserem Team dabei. Und ja, es einfach, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sich austauscht, dass man miteinander redet, dass man die Leute trifft. Und alles, was, sorry, alles, was natürlich dazugehört, gibt natürlich auch neben dem Spobus noch Weiterbildung, Seminare und natürlich auch dein Podcast. Das wollte ich jetzt nicht rauskitzeln. Ja, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich wollte schon Stopp drücken jetzt, weil du es nicht gesagt hast. Nein, Spaß. Welche drei Fähigkeiten und Eigenschaften haben dich oder euch dahin gebracht, wo ihr heute steht? Ja, ich glaube, das sind nicht nur die Eigenschaften, die auf uns beide zutreffen, sondern auf viele, die im Sport aktiv sind. Das ist einmal eine absolut positive Lebenseinstellung, mutig zu sein, die Dinge auch anzugehen. Nicht nur die Innovation, sondern auch deine tägliche Arbeit. Dann ist es definitiv Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit. Da bist du auch ein Experte, Netzwerke zu pflegen, in den Austausch zu kommen, die Kommunikation zu pflegen, weil genau so kommt man dann auch die Schritte nach vorne oder einigt sich auf Innovation oder mutige Dinge umzusetzen. Und das Dritte ist, was jeder Sportler hat, ist einfach Disziplin. Einfach hartnäckig zu bleiben und auch zu sagen, ja, wir gehen jetzt diesen mutigen Schritt oder ja, wir gehen jetzt die Innovation da. Wir sind jetzt hier im VBL-Center bei der Volleyball-Bundesliga vielleicht ein bisschen einfacher, weil auch von Geschäftsführung über Vorstand das gesamte Team alle Lust haben auf diese Innovationen und diese Schritte dann gerne mitgeht, die wir hier als Team dann in der täglichen Arbeit dann vorschlagen und einfach aktiv bleiben. Und das überschreibt dann diese drei Eigenschaften, die, glaube ich, uns alle ausmachen. Was war dann der beste Ratschlag, den du bekommen hast und von wem hast du ihn erhalten? Ja, ich muss ja gestehen, dass also diese letzten sieben Fragen, die finde ich ja am schwierigsten sozusagen. Wir haben da gestern auch so ein kurzes Brainstorming im Team gemacht. Und zu der Frage war der Hinweis eines Kollegen, ne, stresst dich nicht so, du hast noch 45 Jahre. Das ist natürlich nicht der Ratschlag, der mich geprägt hat oder uns wahrscheinlich hier prägt. Nee, aber tatsächlich war es früher so, dass ich oft den Spruch gehört habe, so in meinem Umfeld, nur die Harten kommen gar nicht. Ne, also so ein bisschen, das ist nicht immer alles leicht, aber wenn du irgendwo ankommen willst, da musst du was tun. Und das, glaube ich, ja, passt ganz gut. Die fünfte Frage, was war dein bisher größter beruflicher Fehler und was hast du daraus gelernt? Hat Julia jetzt natürlich gut eingeteilt, dass wir wechseln und dass ich jetzt die Fehlerfrage beantworten darf. In dem Sinne spiegelt sich das ja wieder, wenn du aktiv bist und wenn du viel probierst und so weiter, gehören Fehler einfach dazu. Ich, für mich, hatte jetzt in meinen bisher beruflichen Karrieren, es passieren einfach Fehler, wenn man viel macht und auch neue Dinge probiert oder neue Wege geht. Entscheidend ist dann, aus diesem Fehler zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Klassisch bei uns jetzt in den digitalen Medien müsste es dann vor allem so nicht alles machen, sondern qualifizieren. Klassisch die Kollegin vom ZDF-Sport pflegt da zum Beispiel diesen Satz, anstatt Multitasking macht Singletasking beispielsweise. Dann passieren auch weniger Fehler und aber trotzdem gehören Fehler einfach dazu. Deswegen würde ich jetzt da nicht den einen Großen herausheben, sondern das sind immer mal wieder Kleinigkeiten, aber die dann man auch dann optimieren kann und wenn du dann keinen Fehler zweimal machst, auch zum Klassiker rauszuhauen, dann bist du auf einem wirklich guten und erfolgreichen Weg. Was wird der nächste Gamechanger im Sportbusiness? Das ist ja eine sehr einfache Frage nach unserem Gespräch hier heute in der ASB Glasfloor im Heilensport. Kann ich den eigentlich auch bei mir im Büro einbauen? Das wäre sensationell. Also ich weiß, dass die Kollegen da sehr flexibel sind und sich da auch quadratmetermäßig auf alles einstellen können. Also auf jeden Fall. Es könnte wahrscheinlich daran scheitern, dass er nicht so für den Hall geeignet ist, den ich dringlichst vermeiden muss, wenn ich Podcasts aufzeichne. Das stimmt. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Was ist deine derzeit größte Herausforderung in deinem Alltag? Up-to-date zu bleiben. Im Sport passiert so viel und wenn allein nur im Sport so viel passiert, nicht nur im Wolleball, sondern auch in allen anderen Sportarten. Und dann haben wir noch gar nicht über die ganzen anderen Bereiche gesprochen, die die Menschen ja auch bewegen. Da sprechen wir über gesellschaftliche Themen, haben wir vorhin schon angerissen. Gleiche Bezahlung. Dann geht es darum, wie erreichst du in den neuen Zielgruppen? Die Jugend wandelt sich, die Senioren und Älteren willst du ja auch erreichen und so weiter. Du willst ja eigentlich niemanden verlieren. Und da den Anschluss nicht zu verlieren und dann vor allem aber auch sich selber nicht zu verlieren. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir stehen für uns selber als Home of Respect und wollen all unsere eigenen Akzente setzen. Und da ist dann wirklich die Größte und sie selber treu zu bleiben. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann erreicht man auch wirklich die Leute und behält sie zum einen bei sich bei seinem Sport und behält sie vor allem auch als Multiplikatoren dann um die Community und auch das Interesse zu vergrößern. Tolle Schlussworte. Danke, dass ihr bei mir zu Gast wart im Podcast und viel Erfolg bei dem Projekt beim Supercup und generell eure digitale Weiterentwicklung. Das Schlusswort gehört immer meinen Gästen. Was liegt euch noch auf dem Herzen und wie kann man euch erreichen, wenn man Fragen hat, wenn man als Sponsor einsteigen will, wenn man was auch immer wissen will von euch? Erstmal danke, dass du uns besucht hast und dass wir in deinem Podcast zu Gast sein dürfen. Grundsätzlich sind wir über alle Kanäle erreichbar, die es irgendwo gibt, ob Mail, ob man kann uns auch telefonisch noch erreichen, ob Instagram, ob Facebook. Wir beantworten jede Anfrage. Es ist ja so, dass uns da auch wöchentlich Ideen erreichen, Startups anrufen und sagen, wollt ihr nicht mal, könnt ihr nicht mal, die dann auch erkannt haben, vielleicht nicht alles in dem großen Fußball zu machen, sondern dass man dann auch mit den anderen Sportarten viel umsetzen kann. Von daher scheut euch nicht, einfach anzurufen und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Also es ist klar, wenn da Interesse jetzt besteht, auch an dem Event teilzunehmen. Wie heißt das schön? Fragen kostet nichts, nur unsere Antworten können nicht gut sein. Von daher keine Scheu, einfach kontaktieren und wir freuen uns über jeden, der Interesse am Volleyball und an der Volleyball-Bundesliga zeigt und dann spricht man drüber und schaut, ob man was umsetzen kann. Also das heißt, wir sind da offen für neue Themen, die wir vielleicht selber gar nicht entdecken oder die wir aufgrund von anderen Themen dann einfach nicht entdecken konnten. Julia, möchtest du auch noch was loswerden zum Abschied? Ja, ich kann mich dem nur anschließen und auch sagen, danke, dass wir unsere tolle Sportart hier bei dir so prominent und ausführlich darstellen durften und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht den einen oder anderen jetzt in irgendeiner Volleyballhalle dieser Republik oder vor dem Sport 1 in Zukunft vor dem Fernsehsitzen sehen, weil der jetzt vielleicht neugierig geworden ist und sich das auch mal anschauen möchte. Sehr gut. Alle Infos gibt es in den Shownotes sportsmanic.de slash Episode 144. Wer neu hier ist im Podcast, gerne auch abonnieren. Eins wollen wir noch loswerden. Ich hoffe, wir haben dich auch jetzt als neuen Volleyball-Fan gefunden und jeder, die Größe habe ich. Jeder, der bei uns zu Gast ist, bekommt natürlich auch ein kleines Geschenk. Wir haben hier einen offiziellen Spielball, gespielt wurde der beim Männer-Pokalfinale 2018, damit du auch in deinen eigenen vier Wänden in deinem Homeoffice ab sofort immer an Volleyball denkst und wir haben jetzt viel über den Comdirect Supercup gesprochen und die Innovation und dass es das Sportevent des Jahres quasi in Deutschland wird und das sollst du natürlich auch live erleben. Dem wird hier offiziell von uns ausgesprochen, du bist herzlich eingeladen und lass uns im Nachgang dann gerne schauen, wie wir dich nach Hannover bringen können. Dann mache ich wahrscheinlich nur noch Volleyball-Podcast, weil ich so angefixt bin. Vielen Dank für den Ball, den nehme ich mit nach Hause unterm Arm. Ich habe den gleichen Pulli sogar an von der gleichen Farbe her. Seht ihr auf Instagram übrigens. Könnt ihr mal reinschalten. Schöne Woche euch noch. Vielen Dank für die Einladung und viel Erfolg bei dem Projekt. Danke. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.